Unglaublich Also dort unten bin ich schon gesehen, dort hat es nochmal creepy Also Orientierung habe ich eh schon lange verloren, d.h. ich renne noch ein bisschen rum in dieser Höhle Wenn ich hochkomme, sehen wir ein anderes Mann Geh doch weg Hey, jetzt werde ich dann schon bald so im Stil froh, es hat ja eh genug, ich lass mal sein Aber das darf ich nicht, weil man weiss, dass man nie genug hat NIE Dann haben wir da auch noch einen Weg Wo bin ich eigentlich da wieder? Ah, da bin ich gerade vorne runter, gut Herrlichkeit waltet Herrlichkeit und Pracht von dieser Mine Und endlich mal ein Ende gefunden Eins, wo es nicht mehr weitergeht Jetzt muss ich bald schon mal Pickel machen, ne? Sollten wir vielleicht irgendwo eine Basis einrichten Aber das mache ich erst, wenn ich den Eingang wieder gefunden habe So schön am Eingang beim Wasserfall So ein So ein So ein Ofen hätte Workbench hätte Und das ist gut A Crafting Table Crafting Table Whatever Whatever Sagen 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 Wieso ihr beliebt Ah nein, Pickel Oder ich mache einfach nur ein Workbench und mache einen Diamond Pickle Yeah I mean Das ist Pimpin Überall Das ist so krass Also das muss ich ehrlich sagen, das habe ich noch nie gesehen Ich habe auch schon grosse Höhlen gefunden Aber dann meistens Eisen, mal ein bisschen Redstone Wenn ich Glück habe, zwei Böse Zwei Blöcke Gold gefunden So ist er damals zu und her gegangen Und jetzt Äh Ich meine Also habe ich 55 Eisen 11 Gold 11 Diamanten Oh Einmal fast Also es Das ist nett zu sagen Extrem geil finde ich das Ja Ja Gehen wir doch gleich weiter runter Wir haben es ja gerne Tiefe und Feuchte Ja Da gehöre ich auch schon das Wasser, ja schön Tiefe und Feuchte ist gut Schon wieder Ei 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 Ja nein Erden will ich eigentlich nicht Seiden kann man schon brauchen Er kann dann zum Wollen machen, weil ich noch kein Schäfchen scheren konnte Er kann dann zum Wollen machen und mal endlich ins Bett hin Und Es wäre ja gar nicht schlecht, bevor ich da irgendwo stehe Und Gar keine Fackel mehr Jetzt habe ich doch zweimal 64 Fackeln dabei gehabt Spinne ich Krass Krass Ja whatever Viel Nein Nein Jetzt brauche ich mir lieber die Fackeln So Wo war ich da? Da bin ich da Unglaublich ehrlich Ich weiss nicht wie lange ich jetzt schon da bin ich aufnehmen Aber äh Ist auch egal, es wird dann voll recht Es wird ein paar Folgen Höhlen sein Weil äh Ja so Höhlen möchte ich euch nicht anlassen Das finde ich immer etwas von dem interessantesten Wenn ich selber Let's Plays schaue und ich mache es halt So wie es für mich am besten wäre Und hoffe dann dass es für euch passt Wenn es euch nicht passt dann eben Schreibe es mir rein, dann kann ich es auch anders machen Und wahrscheinlich werde ich dann auch Wenn ich da mit Aufnahme fertig bin Dann auch ein wenig an meiner Mine Fertig bauen Und Bruno werde ich noch machen Ah das ist wieder die Höhle Bruno Sandstone werde ich dann machen Die Gleise verlegen Vielleicht auch schon Booster Gleise einbauen Die ersten Ich habe ja alles dazu Redstone habe ich Gold habe ich Da ist vorher der Creepy runtergefallen Das passiert uns nicht Hey Das ist echt geil Das ist wirklich geil da rein Ok ich habe wirklich Angst dass Der mir jetzt auf den Kopf fällt Jaa Da sind noch 3 Oder Doch noch 3 ZOMBI ZOMBI Schlechte Ich bin ready Jaa So geht mal den Hirn essen Ich sage es mir Da hinten kommt noch mal einer rum Der Animal Der Animal Wo Du Saftsack Von wo bist du? Jetzt wird es dann eigentlich Ok Nein ich will es jetzt Ich will es jetzt gar nicht prophezeien Dass da hinten noch einen Dungeon haben könnte Sonst stehen wir dann gerade noch davor Und ich würde eigentlich lieber gerne zuerst noch das Eisen mitnehmen So geht es noch um den Kopf zu schrauben So geht es noch um den Kopf zu schrauben So geht es noch um den Kopf zu schrauben Falls ich noch brauche, gehe ich hier unten einfach wieder holen. Ich möchte jetzt mein Inventar nicht noch mehr zukleistern mit Kohlen. Dann brauchen wir uns auch noch Platz für ein paar Spitzhacken wieder. Wäre cool. Du hast etwas am Baddeln. Ich gehe nicht mit dem Baddeln, ganz sicher nicht. Ich gehe nicht mit dem Baddeln. Von wo bist du jetzt bitte, Serrum? Ich gehe nicht mit dem Baddeln. Wieder ein Jocker gewesen. Ja. Was habe ich sonst noch? Cobblestone? Ja, so ein bisschen Kohlen kann ich noch den Steak auffüllen. Und dann mal schauen. Vielleicht kann ich noch etwas wegrühren. Noch ein Eischach da hinten. Ich sehe schon wieder Eisen. Und Legs. Und noch mehr Eisen. Aber das ist so geil, ich sage es euch. Habt ihr auch schon mal so eine Höhle gehabt? Wenn ja oder nein. Postet doch rein, dann haben wir etwas drüber schnurren. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Ja, also komm. Die Kohle nehme ich jetzt. Weil ich hole eigentlich die Hoffnung, dass ich vielleicht noch in ein anderes Höhle-System gerade wieder reinkomme. Kann mir das gut vorstellen. Das ist ja auch egal. Ah! Ich habe nichts irgendwo auf dem Platz übergekommen. Ah, wegen dem Fleisch-Logo. Klar. Vielen Dank.